Früher haben wir ja noch ganz viel Eishockey und dies und das und jenes. Alles haben wir früher noch in der ARD gesehen, in der Sportschau. Und heute rennen die alle nur auf diesen Zugquote. Ich weiß nicht, ARD und CDF finanziert zu streichen, ich meine meine ich auch ganz anders. Also der Auftrag müsste mal wirklich wieder ein bisschen ernst genommen werden.